Warum mache ich das jetzt eigentlich? Weißt du, ich bin ja nicht absichtlich, ich bin ja so nett und so gescheit. Das ist ein bisschen Selbstschutz, weil in der heutigen Zeit, wenn du dieses Profil von meiner Persönlichkeit aufkommst, dann hättest du so viele Spezialisten heute schon, es geht ja jeder aus, sie ist ein Criminal Minds, Kuhfeiler. Wenn ich da irgendjemandem sage, ich bin hochintelligent, habe eine starke Affinität zu technischen Sachen wie Physik und Chemie, tendiere ich aber leider zu einem zwielichten Freundeskreis und bewege mich in einer Terrorzelle mit absoluter Hingabe und persönlicher Selbstzerstörung. Geh da oben, ich meine Kobra, wenn wir stehen und den Boten zu kochen. Die eine sehe ich nicht, die kennt mich, die weiß, wie ich das gemeint habe.